gemischt waren ja hier kann ich auch nur sachen kaufen ein rio boah das kostet ein rio wird als heilkraut verwendet schwer anzubauen deshalb sehr wertvoll ich merke schon das ist sehr teuer dann fangen wir jetzt hier was es geschafft ja endlich jetzt greift mich nicht an oder was was seid ihr dumm Das war's. ich weiß nicht was da ich glaube so besoffen gewesen ja neues gebiet schon wieder wie viele biete gibt es hier bitte holy moly das ist krass giri meshi irgendwas einmal sage und wahnsinn ist richtig warm und zers geworden der geschmack war so vertraut und hat erinnerungen an früher geweckt hat es geschmeckt ja es hat mich an meine heimat erinnert obwohl das essen dort ganz anders war so etwas schafft nur ein wahrer koch darum mache ich das zutaten finden über eine heiße pfanne brüten ich wollte gerade das anders sehen kunden auftreiben alles zu dieses gefühl verstehe vielleicht ist es deine hingabe die dich dazu fähig so gut zu kochen ok jetzt habt ihr doppelt geklippt das einzelne löschen junge darf ich dich was fragen bist du ein samurai wie ja das bin ich das erklärt meine denkweise dreimal sogar ok dann muss ich zwei löschen ich habe schon immer geglaubt dass das führen eines messers nicht viel anders ist als das eines schwertes ist muss man jetzt nicht weil es unnötig war ich werde sowieso zwei davon löschen später ich gucke aber nicht wer was gemacht hat wir müssen beide um den wert der hingabe aber auf jeden fall danke wert der hingabe wir schaffen unsere klingen und stellen uns jede herausforderung die sich uns bietet interessante ansichtsweise wenn ich das nächste mal komme können wir weiter reden ich bitte darum ich werde etwas feines für dich kochen ja essen so da muss ich rein abgeschlossen zwanzig und zwanzig dann gehen wir rein oh das ist jetzt ganz allein da ok irgendwie wie eine falle ich habe gesagt ist eine falle der ist sehr verdächtig okay Einer davon ist ja ein Mörder. Wieso jetzt? Hey, die anderen werden alle aufgenommen und wir müssen hier tausend Prüfungen machen auf Leben und Tod. Wieso? Ich bin der Angst, dass die Leidenschaft des Leidens der Leidens des Leidens des Leidens des Leidens. Deswegen möchte ich mich wirklich überlegen, und probieren. Das ist das, was ich für das Leidens des Leidens des Leidens des Leidens des Leidens? Ja, das ist das, was für das Leidens des Leidens des Leidens des Leidens des Leidens. Okay. Okay. Ich werde einfach sobald ein mögliches Beacwait geben. Ja... Ich würde mich schnell eine,ehnung zu bleiben. the nonno am Unfall die Leidens des Leidens desLeidens des Leidens des Leidens zum drBOIL. Du solltest, okay. Okay. Okay, dann bringen wir ihn halt um. Okay, dann bringen wir ihn halt. Ich brenne von Leidenschaft. Komm, ich verprügel dich. Ich bin so ehrenlos jetzt zu dir. Ich bin so ehrenlos. Ich bin so ehrenlos. Ich wünsche, man könnte anhebeln. Ich bin so ehrenlos. 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 Ich habe irgendwie nicht gerechnet, aber nur einer verlässt den Leben. Komm, ja. Aber wir sind noch zu zweit. Ich bin so ehrenlos. 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 Hey, hey, hey. Okay. Ja, gut. Kann aber auch alles ne Falle sein, ne? Es war heiratm mit dem Kasten der Riesen schlecht. Das war es, die Riesen glitter werden. Der Kasten ist aus dem Glück für die Erkennen. Als MINTER-GET-S theta an zu sehen, dann kam ein bisschen nach die Erkennen. Als sie das klaren Riesen-GET-S. Die Riesen-GET-Zen. Die Riesen-GET-S. Die Riesen-GET-S. Ein Mann war ein holler. Und am Ende ist er derjenige, der ein Dad gekillt hat. Ja, ja, ja. Ich sehe schon. Weil das kommt es dann raus. Chapter 4. Gemeinsame Karten. Bin ich jetzt auch in blau? Ich werde jetzt zum Kommandanten gekürt, ne? Dringende Offizierbesprechung. Oh, muss der gehen? Oh, du kleiner. So ein Arschgesicht. Das sind sehr interessant. Das Spiel wird ewig gehen, ne? Weil ich schon die ganzen... Die ganzen Typen hier sehe. Aber als bekannte Gesichter, ne? Okay. Was ist denn das? Jetzt sind wir die neue Reichweite, die 1,000 Menschen, die sich mit der Kanzlerin beherrschen. Die Kanzlerin, die sich mit der Kanzlerin anbieten, nicht in der Kanzlerin, ist ein Problem, aber... Ido. Kasitao. Das ist ein Teil gut für mich. Es ist wirklich ein Problem, Eto. Jetzt ist es gut, Fijikata. Es wird viel größer werden, und es wird auch eine gewisse Krieg. Wenn man sich nicht in der Zeit, ist, dass ich mich nicht verletzen kann. Ja, na klar, du bist natürlich darauf aus, ne? Oder eher... Ja, ja! Did he cut on it? Ja, ja, klar. Also Arschkrieche, gut. Na klar, sorgst du dich, na sicher. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ich bin ein bisschen neidisch, geht schon los, hallo Tim. Ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch, ich bin ein bisschen neidisch. Das ist immer sehr unangenehm, man die so Gesichter so nah ran zoomen. Warum? Warum kriege ich jetzt den Grimmixen? Was? Nein, ich will nicht. Bitte nicht. Nein. Nein. Was? 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 何? 山南さんは、俺ら市営管の仲間の一人だったじゃないすか なのにどうして? 俺らって、サノスケさん、市営管出身じゃないじゃないですか いつから近藤派になったんですか? 家族派になったんですか? 暑い! 俺は何年も前に一度、近藤さんの手ほどきを受けてんだ 心は市営管よ Cool, wir sind jetzt zerflucht auf ewig. Sobald wir rausgehen, da haben wir uns ja jetzt was eingebrockt. Also Feuer alle beseitigen. Wir werden sowieso wahrscheinlich gegen alle kämpfen müssen. Im Grunde sind es ja nicht unsere Freunde. Wobei er jetzt eigentlich am vermalsten wirkt. Das ist meine einzige Spur. Und im Gegensatz zu Okita hat er sich nicht zurückgehalten. Ohne Yamanami bleiben nur noch sechs tenrischen Kämpfer. Ja, wir hoffen mal nicht, dass... Ja, gut. Okita Sochi, Minyaa. Hichikata Toshitsu, Vizekommandant. Der Kommandant ist Shinsengumi und Oberhaupt der Tenryshin Schule. Kondo Isami. Ja, mal gucken. Der ist jetzt auf einmal nicht da. Surprise, surprise. Jetzt werden die erstmal über uns lästern alle. Ja... Klamotten! Klamotten! ... Das war's für heute, oder? Das war's für heute. Ja, das ist das. Das ist das? Das ist ein Künstler aus dem Künstler. Das ist das Künstler-Künstler. Nyaaau. und morgen fange ich bei der shin zingumi an besser ich ruh mich jetzt in der herberge aus ich soll jetzt zu kommen was ist jetzt bis zur herberge latschen fieses spiel komplett am anfang das ist ja komplett am anfang flink zu fuß ja muss ich ja jetzt sein außer wir machen jetzt eine abkürzung im spiel ich ist das spiel so gnädig und sagt ja komm wir sind jetzt direkt dort aber nee dann halt nicht hätte mich auch gewundert spaziergänger spaziergänger 60 70 20 42 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017